Morgen Jungs, ich bin der... Scheiße, jetzt hab ich dir falsche Begrüßung gemacht. Hallo, geh mal nach vorne. Und ja, ich bin's natürlich wieder. Und wer ist das hier? Kastro, 99, 33. Und hier sieht man gerade Licht, also, also, da Licht sieht man, er sieht man auch so. Ähm, fragt euch, wenn ich ne Mütze trage? Ja, fragt Keller, ich trage auch ne Mütze, im Haus. Oh nein, das hat weh.